Hey Leute, das ist der Buhig und ich komme hier zum nächsten Pax United Bundesliga-Oraken-Video auf meinem Kanal. Herzlich Willkommen zum besten Spiel des Spieltags, würde ich sagen. Bayern München gegen Union Berlin. Was für eine Partie. Es geht um die Tabellenführung. Es geht um die Tabellenführung. Wer hier gewinnt, ist Tabellenführer. Bayern oder Union. Und ich gehe mal davon aus, dass die Unioner jetzt nicht nach München reisen werden, um hier dieses Spiel irgendwie 0 zu 0 zu bestreiten oder nicht gewinnen zu wollen. Wenn Union gewinnt, Tabellenführer, das wäre geisteskrank. Das wäre einfach geistes, geisteskrank. Ich bin gespannt, wie das Ganze ausgeht. Ich würde am Ende des Tages sagen, es wird ein 3 zu 2 für die Bayern. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es... Stellt euch mal vor, Bayern verliert dieses Spiel. Bayern fliegt in der Champions League raus und dann, glaube ich, war es das mit Nagelsmann. Würde ich jetzt mal schwer behaupten. Wir gehen rein. Zwei Packs. Bei dieser Partie Bayern gegen Union. Diese Partie ist auch Spieltag im Discord. Das heißt, ihr könnt im Discord joinen, wenn ihr noch nicht drauf seid. Falls ihr schon drauf seid, könnt ihr einfach einem Horsey Mourinho in den Channel gehen und da mittippen. Ergebnislos Torschütz und dann könnt ihr kostenlose Boxbreaks gewinnen. Viel Glück und wir gehen rein. Ist das Bayern schon? Erste Karte, Jamal Musiala. Jamal Musiala direkt mit dem Tor hier im Orakel Mittelstadt Mainz und Dortmund. Halbzeit Nummer 2. Jetzt muss die Antwort kommen. Jetzt muss die Antwort kommen von den Eisernen. Hoppa. Thüram, Smolcic, Saler, Molle, Burkhardt, Bravo und Luka Zadecki. Es kommt keine Antwort. Die Bayern setzen sich durch. Dank Bambi. Dank dem wohl eines der geilsten Spieler beim FC Bayern München zurzeit. Jamal Musiala. Lasst ein Like, da lasst ein Abo da. Eure Tipps in die Kommentare und natürlich gerne im Discord. Also bis zum nächsten Mal. Haut rein und einen schönen Fußballsonntag. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020